Eine der mir am häufigsten gestellten Fragen ist die Frage, Marcel, wie werde ich negative Gedanken los? Was kann ich gegen negative Gedanken tun? Ich befinde mich auf dem richtigen Weg, aber früher oder später kommen wieder diese negativen Gedanken und bringen mich von meinem Weg ab. Muss ich nicht die ganze Zeit eine hohe Schwingung haben? Was kann ich gegen negative Gedanken tun? Das ist ein Problem, was sehr, sehr viele Leute haben. Doch das Problem liegt gar nicht in den negativen Gedanken selber, sondern darin, wie du mit diesen Gedanken umgehst. Das Problem ist, dass die meisten Leute versuchen, negative Gedanken loszuwerden und gegen diese Gedanken anzukämpfen. Aber genauso wie es Tag gibt, gibt es auch Nacht. Genauso wie es positive Gedanken gibt, gibt es auch negative Gedanken. Du wirst negative Gedanken in und an sich nicht loswerden. Sie werden immer wieder kommen. Du kannst nicht mit nur einer Hand klatschen. Du brauchst zwei Hände, um zu klatschen. Und genauso, wenn es positive Gedanken gibt, gibt es auch negative Gedanken. Und die Gedanken in und an sich sind überhaupt nicht das Problem. Viele Leute denken ja, ich muss eine hohe Schwingung haben, ich muss immer positiv denken. Aber immer positiv zu denken, nur positive Gedanken zu erfahren, hat nichts mit Hochschwingen zu tun. Das ist einfach nur toxische Positivität und das bringt dich am Ende nirgendwo hin. Es geht nicht um die Gedanken an sich, sondern wie du mit diesen Gedanken umgehst. Vielleicht hast du schon mal einen wirklich absurden Gedanken gehabt. Etwas richtig absurdes, zum Beispiel, du standest an der Klippe mit jemandem und dann kam dir der Gedanke, oh, was ist, wenn ich jetzt schubse? Oder du hast vielleicht mal einen scharfen Gegenstand in der Hand gehabt und dir ist der Gedanke gekommen, oh, was ist, wenn ich jetzt zusteche? Und in dem Moment wirst du dich wahrscheinlich fragen, hey, was ist das eigentlich für ein Gedanke? So was will ich doch gar nicht denken. Natürlich werde ich das nicht machen. Der Gedanke ist einfach gekommen. Und wie bist du mit diesem Gedanken umgegangen? Du hast einfach realisiert, hey, das ist absoluter Unsinn. Du hast dich nicht mit diesem Gedanken identifiziert. Du hast den Gedanken als das gesehen, was er wirklich ist. Einfach nur ein Gedanke. Und das ist das viel, viel Wichtigere. Nicht, welche Gedanken in und an sich du denkst, sondern mit welchen Gedanken du dich identifizierst, worauf du ausgerichtet bist. Genauso wie ein positiver Gedanke, dem du nicht wirklich folgst, wertlos ist, genauso wertlos ist auch ein negativer Gedanke, dem du nicht folgst. Er wird keinen Einfluss auf dich haben. Und es ist halt auch einfach so, dass wenn du etwas Neues manifestieren möchtest, dass sehr wahrscheinlich negative Gedanken auftauchen werden am Anfang. Wenn du ein schönes Feld voller wunderschöner Blumen haben möchtest, dann muss es erst mal regnen. Wenn du den Regen einfach passieren lässt, dann werden die Blumen früher oder später wachsen und es wird sich manifestieren. Auf der anderen Seite, wenn du anfängst zu sagen, oh nein, es fängt an zu regnen, es darf nicht regnen, die Samen dürfen nicht nass werden und du anfängst, die Samen wieder auszubuddeln, dann wird logischerweise niemals das ganze Feld voller Blumen sich manifestieren. Und genauso ist es auch mit den negativen Gedanken. Der Regen sind deine negativen Gedanken. Wenn du sie einfach passieren lässt, wenn du sie einfach durch dich durchziehen lässt, ohne ihnen Aufmerksamkeit und Energie zu geben, weil du weißt, hey, das sind einfach Gedanken, ich bin nicht meine Gedanken, ich erfahre diese Gedanken, dann werden sie auch keinen Einfluss auf dich haben. Wenn du allerdings anfängst, auf Basis von diesen Gedanken wieder zu handeln, wirst du deine Manifestation sabotieren, weil du dich mit diesen negativen Gedanken identifizierst. Es geht nicht darum, was du denkst, sondern welchen Gedanken du Energie gibst und am Ende auch folgst. Der Gedanke ist nur ein Schritt auf dem Weg der Manifestation. Wenn du den Gedanken allerdings einfach ziehen lässt, dann wird es auch keinen Einfluss auf dich haben und der Gedanke wird sich nicht manifestieren. Das heißt, der erste Schritt ist, das Wichtigste ist erstmal anzuerkennen, dass du das eine nicht ohne das andere haben kannst. Du kannst die Blumen nicht ohne den Regen haben und aufzuhören, dich gegen diese negativen Gedanken in Anführungszeichen zu wehren, zu akzeptieren, hey, das ist einfach Teil des Spiels, diese Gedanken werden kommen. Aber diese Gedanken in und an sich sind überhaupt nicht schlimm. Sie sind halt einfach da, so wie die Wolken am Himmel. Und wenn du sie einfach vorbeiziehen lässt, dann haben sie keinen Einfluss mehr auf dich. Das Problem sind nicht diese Gedanken, sondern deine Resistenz gegenüber diesen Gedanken. Denn wenn du Resistenz aufbringst, wenn du dich dagegen wehrst, gibst du dem Ganzen Energie und dadurch werden nur noch mehr solche Gedanken in deinem Leben auftauchen. Anstatt dich dagegen zu wehren, nimm die Gedanken lieber einfach wahr, sag deinem Verstand vielleicht, okay, danke fürs Mitteilen. Du hörst einfach, was dein Verstand dir sagt. Du beobachtest diese Gedanken und lässt sie einfach ziehen, ohne ihnen Energie und Aufmerksamkeit zu geben. Du akzeptierst sie einfach voll und ganz. Der Schlüssel bei den meisten Dingen ist absolute Akzeptanz. Solange du dich dagegen wehrst, wird es immer wieder in deinem Leben auftauchen und sich auch manifestieren. Wenn du etwas allerdings keine Energie gibst, es einfach komplett neutral betrachtest, so wie die Wolken am Himmel, dann wird es auch keinen Einfluss auf dein Leben haben. Nur wenn du etwas liebst oder etwas hast, wenn du wirklich voll und ganz deine Energie in etwas reinsteckst, wird es sich manifestieren. Sprich, die negativen Gedanken werden sich nur manifestieren, wenn du ihnen deine Energie gibst. Sonst sind es einfach nur Gedanken. Worte, die einfach in deinem Kopf auftauchen, die dein Verstand generiert. Und ein sehr, sehr guter Weg, um zu realisieren, dass das wirklich einfach nur Worte sind, die am Ende gar keinen Einfluss auf dich haben, ist, regelmäßig aus der Komfortzone rauszugehen. Darüber habe ich schon in einem Video vorher gesprochen. Wenn du nämlich an deine Komfortzonengrenze gehst, dann werden ganz bestimmt irgendwelche negativen Gedanken kommen. Wenn du allerdings durch diese Gedanken durchgehst, wirst du realisieren, hey, am Ende waren das einfach nur Gedanken. Das, woran ich gedacht habe, hat sich überhaupt nicht manifestiert. Es ist überhaupt nicht wirklich passiert. Und dadurch wirst du immer bewusster und bewusster und realisierst, ah, mein Verstand erzählt mir da gerade wieder einfach nur eine Geschichte. Danke fürs Mitteilen. Und du gibst dem Ganzen nicht weiter deine Energie. Ja, die Gedanken in und an sich sind überhaupt nicht das Problem. Ich erfahre auch immer wieder negative Gedanken. Mein Verstand erzählt mir auch irgendwelche Dinge, immer wieder versucht, mich von meinem Weg abzubringen. Aber das ist überhaupt nicht das Problem. Ich bin auf mein Ziel ausgerichtet und ich folge meinem Weg. Ob da jetzt negative Gedanken sind, und ob da mal ein bisschen Regen ist oder nicht, spielt für mich keine Rolle. Das ist einfach nur Teil des Weges. Und das zu akzeptieren, darin liegt die Kraft. Es wird immer Höhen und Tiefen geben. Du kannst den Tag nicht ohne die Nacht erleben. Das geht einfach nicht. Viele Leute versuchen, sich gegen dieses Prinzip der Dualität zu wehren. Immer glücklich zu sein. Immer in den Wolken zu schweben. Nur positive Gedanken zu denken. Aber das ist nichts anderes, als toxische Positivität. Das hat nichts damit zu tun, hoch zu schwingen. Und wenn du dir mal die Skala der Bewusstseinsebenen anschaust, dann siehst du, dass Akzeptanz eine ziemlich hohe Ebene ist. Du akzeptierst einfach voll und ganz, hey, es gibt Tag und es gibt Nacht. Es gibt das schöne Blumenfeld und es gibt den Regen, weil der Regen ist einfach nötig, um eben das Blumenfeld zu manifestieren. Deswegen kämpf nicht gegen deine Gedanken an. Das bringt am Ende nichts. Wenn du versuchst, gegen deine Gedanken zu kämpfen, werden nur noch mehr ähnliche Gedanken kommen, weil du ja deine Aufmerksamkeit in diese Richtung lenkst. Und worauf du deine Aufmerksamkeit lenkst, das wächst und davon wird nur noch mehr in deinem Leben erscheinen. Du bist derjenige, der sich über die Gedanken bewusst ist. Du erfährst die Gedanken. Und wenn du eben diese Distanz behältst, werden diese Gedanken auch keinen Einfluss auf dich haben. Das Wichtigste ist einfach nur, dass du auf dein Ziel ausgerichtet bleibst und dann wird es sich früher oder später manifestieren. Kämpf nicht gegen deine Gedanken, das bringt nichts. Akzeptiere, dass sie Teil des Weges, Teil des Lebens sind und dann wird es auch nicht mehr so einen großen Einfluss auf dich haben. Ich hoffe, das hat dem einen oder anderen weiter geholfen. Versuch, dich toxisch positiv zu sein und nur positiv zu denken und in den Wolken zu schweben. Das bringt überhaupt nichts. Dementsprechend Leute, wie ihr wisst, ihr könnt alles sein, haben und tun, was ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.